Genau, da kommt nochmal ein Riese. Habt ihr den Riesen gesehen? Moin Leute, Trimax hier. Heute mit der nächsten Weltrekord-Folge. Die Serie hat euch sehr gefallen, deswegen machen wir da weiter. Genau, wir springen direkt rein. Heute geht es um den Sparky. Und dieser Rekord war schwerer als sonst. Die haben da wieder extrem lange dran gesessen. Der bisherige Weltrekord lag bei 14 Sparkys und die haben jetzt hier insgesamt 16 geschafft. Und haben dafür über 5 Stunden gebraucht. Ich kann auch mal den YouTube-Kanal, der Ersteller dieses Weltrekordes nochmal in die Beschreibung packen. Da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, die bringen auch Clash Royale-Folgen. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze wieder an. Es war wie bei den vergangenen Weltrekorden. Dann zerstören sie immer erstmal beide Türme, damit sie mehr Platz haben, um dann die Elixierpumpen zu spammen. Des Weiteren wurde wieder mit einem Grabstein gearbeitet. Auch das macht sehr viel Sinn, da der Sparky halt jedes Mal resettet, wenn ein Grabstein, wenn ein einziges Skelett angegriffen wird. Also das ist auf jeden Fall eine gute Taktik. Bevor es jetzt hier weitergeht, könnt ihr mal ganz kurz in die Kommentare schreiben, welche Einheit ihr euch in Zukunft wünscht. Für welche Einheit soll der Weltrekord aufgestellt werden? Einen Pekka, einen Ice Wizard oder irgendwas Verrücktes, wie zum Beispiel einen Ice Guys, was natürlich relativ schwierig ist, den da zu stacken. Keine Ahnung. Da fällt euch bestimmt was ein, was ihr sehen wollt. Schreibt das in die Kommentare. Und wenn euch die Serie gefällt, könnt ihr auch gerne ein Like da lassen. Dann werden wir davon in Zukunft noch schneller, noch öfter diese Serie bringen. Okay, man sieht schon wieder, die sind hier fett am Elixierpumpen, stacken und ragen. Das Geile ist, der Rage Spell wurde ja schon vor etwas längerer Zeit günstiger gemacht und raged trotzdem das Ganze sehr gut. Dadurch kann man mehr Elixier generieren. Deswegen sind diese neuen Weltrekorde erst seit kurzer Zeit so möglich. Ja, mit dem alten Rage Spell hat das immer zu viel Elixier gekostet. Der ist jetzt hier günstiger. Man hat erstens eine schnellere Rotation und zweitens sind deswegen immer die Elixierpumpen im Rage. Ihr seht das, es ist eigentlich immer, es ist eigentlich immer genug Elixier da. So, jetzt gönnen wir uns das Ganze in normaler Geschwindigkeit. Jetzt geht es nämlich los. Da kommen die Skelette des Gegners. Man sieht jetzt schon mal einige Sparkies. Es sieht schon krank aus, es sieht schon krank aus, aber es ist noch relativ normal. Also bei so einer Anzahl, na gut, normal ist es nicht mehr. Es sieht jetzt schon krank aus. Und jetzt hat er sehr interessant, der Gegner, ne, der Gegner, ich sag mal der mit den Sparkies, der hat noch einen Packer dabei. Das macht sehr viel Sinn. Die Skelette greifen, Alter, es rumst die ganze Zeit. Dieses Bild vom iPad wackelt ja jedes Mal, wenn ein Spark hier einen Schuss abgibt. Das ist hier durchgehend am Wackeln, das Bild. Auch noch so ein witziger Nebeneffekt dieses Weltrekordes. Okay, wir machen weiter. Also er hat einen Packer dabei. Der kann die Skelette tanken, aber läuft nicht einfach durch, wie zum Beispiel ein Riese oder ein Golem und macht dann die Gebäude kaputt. Also der Packer dient als Tank, wird aber auch distracted. Wunderbar. Also die Sparkies ballern hier vollautomatisch raus. Mein iPad-Bildschirm wackelt die ganze Zeit. Ist ein bisschen anstrengend anzusehen. Jetzt kommt hier der Freeze und er friert fast alle ein. Richtig gut. Die nächsten Sparkies kommen die ganze Zeit auch schon wieder da hinten. Kommen die nächsten Sparkies hinterher. Sehr geile Sache. So, jetzt ist der Packer endgültig down. Die Sparkies haben so viel Schaden. Genau, da kommt nochmal ein Riese. Habt ihr den Riesen gesehen? Habt ihr den Riesen gesehen? Er wollte ihn jetzt einsetzen zum Tanken, aber das macht bei so vielen Sparkies einfach keinen Sinn mehr. Zu viel Schaden. Jetzt geht der Turm schon fast kaputt. Er schafft noch einen Freespy rauszubringen und da setzt er noch einen Sparky ein. Das war der 16. Wenn ich mich jetzt nicht vollkommen verzählt habe. Ihr könnt nochmal nachzählen und in die Kommentare schreiben, wie viel das jetzt insgesamt waren. Ja, es sollen 16 Sparkies gewesen sein. Extrem geiles Gameplay. Am geilsten fand ich den Riesen, der dort eingesetzt wurde, der einfach nach einer halben Sekunde schon tot war. Da kann man nichts einsetzen zum Tanken. Da reicht nur der Grabstein mit den Skeletten. Die Sparkies, die Funkies haben einfach zu viel Schaden. Also, sehr geiler Weltrekord an der Stelle. Schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare und schreibt dazu, welche Einheit, welchen Weltrekord, von welcher Einheit ihr als nächstes sehen wollt. Und wenn ihr da nichts verpassen wollt, lohnt sich auf jeden Fall auch ein Abo. Aber ich gebe davon aus, dass ihr das schon gemacht habt, wenn ihr euch für Clash Royale interessiert. Okay, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Stream oder in der nächsten YouTube-Folge. Alles klar, Leute. Haut rein. Das schreibt korrigIM.